Und der zappt jetzt an. Super! Und zappt es. Oh, der muss aber vorher ganz schön geübt haben. Weil unser Bürgermeister, der braucht auch immer zwei, drei Schläge. Und jetzt kommt der, der die erste Maske kriegt. Der hat sich schon reserviert. Kommt er oder kommt er nicht? Du die Maske, der weg kann mehr. Hier, da schnell, aber da, da ist der Maske. Oh, gute Schaumige. Gute Schaumige ist immer was wert. Du wirst nachher schon nachgeschenkt kriegen. Da gibt's nichts drüber. Also Prost, Oktoberfest hier. Wenn hoch auf das Oktoberfest im Inga. Prost! Obsthaft ist, hat er gesagt. Wir kriegen dann auch noch was. Schau da oben zu den Ding rein. Den haben wir doch erst rein, wenn schon was heraus ist, oder? Wieso schon was heraus ist? Drei Maske sind ja schon draußen. Ja, das sind Wiesenmaß. Genau, 20 Milliliter. Jawohl, und wir werden es jetzt dann probieren. Ich schalte die Kamera ab, weil ich nicht auch noch was zum Trinken. Weil das ist, meine Kinder sind ja 50 Leute. Und das sind nur 30 Liter. Ich muss jetzt die Aufnahme beenden. Wenn du zu schlecht kommentiert hast, kriegst du auch was. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Der muss dann auch noch ein Assistenten haben. Der hat ja vorher schon was in die Thermo gebrot. Das ist die Pfeifel schon zu brauchen. Grüne. Das ist grüne. Das ist grüne. Der ist jetzt auch live froh.